In diesem Video zeigen wir, wie man die Drosselklappe bei einem N46 ausbaut und dann reinigt. Oft wird die Drosselklappe mit einem zu sprühenden Reinigungsmittel bei laufendem Motor gereinigt. Von dieser Methode bin ich persönlich kein Fan, da hier erstens schmutzendem Motor gespült wird und zweitens die mechanische Reinigung nicht viel länger dauert und deutlich gründlicher ist. Bevor die Drosselklappe abmontiert werden kann, sind einige Vorarbeiten notwendig. Beim Modell mit einer Akustikabdeckung muss diese zuerst entfernt werden und dazu muss der Luftfilterkasten entfernt werden. Wie das geht, seht ihr im verlinkten Video. In jedem Fall muss außerdem noch der Luftansaugtrakt bis zum Luftfilterkasten abgebaut werden. Auch hier gibt es ein verlinktes Video. Als erstes löst man den Stecker der Drosselklappe und demontiert dann den Luftschlauch, indem man die Schelle mit einem Schlitzschraubenzieher löst. Bei dieser Gelegenheit gleich die Unterseite des Schlauches auf eventuelle Risse überprüfen. Hier gibt es oft eine Falschluftquelle. Eine verschmutzte Drosselklappe kann sich zum Beispiel in schwankendem Leerlauf äußern, da die Drosselklappe ständig nachregeln muss, oder auch in einer schlechteren Gasannahme. In diesem Fall, also erste Reinigung nach 130.000 Kilometern, sieht die Drosselklappe auf den ersten Blick eigentlich sehr sauber aus. Mit einer Achternuss löst man nun die vier Schrauben und zieht die Drosselklappe dann ab. Diese Verschmutzungen können nun mit einem Reiniger und einem Tuch gereinigt werden. Die Drosselklappe kann hierbei mit dem Finger gedreht werden, aber aufpassen, dass sie nicht abrutscht und den Finger einklemmt. Die Drosselklappenfeder ist ziemlich stark. Wie man an dem Tuch sieht, war wirklich einiges an Dreck im Bereich der Drosselklappe. Eine gute Idee ist es, bei der Reinigung der Drosselklappe auch die entsprechende Dichtung zu tauschen. Schlussendlich die entsprechende Fläche an der Saugbrücke noch reinigen, die Drosselklappe einsetzen und die vier Schrauben mit 9,8 Newtonmeter anziehen. Die Drosselklappe wieder einstecken und den Luftschlauch anbringen. Die Schelle erst festschrauben, nachdem der Luftfilterkasten eingesetzt worden ist, damit man den Luftschlauch entsprechend noch drehen kann, während man den Kasten wieder in die richtige Position bringt. Nachdem der Luftfilterkasten drin ist und die Schellen festgeschraubt worden sind, sollte man das Auto kurz starten, um zu schauen, ob alles geklappt hat. Hinweis, falls ihr die Drosselklappe ersetzt, die Drosselklappe muss nicht angelernt werden. Danach das Fahrzeug wie in den zuerst verlinkten Videos kompletieren. Ich hoffe, euch hat das Video geholfen und gefallen. Über einen Kommentar freue ich mich natürlich immer und Teilenummern, Werkzeuge und Drehmomente stehen wie immer in der Beschreibung. Und damit ciao und bis zum nächsten Mal.